Weiter geht's mit Captain Tofu, wie ihn Björn auch so lebevoll nennt und in dem Sinne willkommen zurück zu, na eben, Captain Toad. Zielwerfen im Lohrentunnel, oh oh oh. Da habe ich schon ziemlich viel gesehen in Let's Plays. Ja, weiß nicht, dass ich mich darauf freue. Gut. Okay, ich soll da wohl in die Kompostbüchse rein. So. Und jetzt? Aha. Achso. Stirb, stirb. 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 Alter, wirf doch nicht wie ein Mädchen. Ich muss es so machen, das geht sonst nicht. Gibt viel besser als ich gedacht. A. B. Also. Alter. Oh, ich werde dich noch sterben sehen. Bäm. Okay. Also ich sehe alles aus der Ego-Ansicht auf dem Gamepad. Nur dass ihr es... Kann ich dich? Kann ich dich? Ja. Yes. Bon, bon, bon. cip, walks Ernst. An sich zu tagen, kann ich. Man sieht aus der dritten Perspektive ich. Jetzt kommt Donkey Kong. Wupp, wupp. Di- raid.. Donkey Kong. Schüttelt doch noch den blöden Kopf. Als hättest Du was zuverliebt. What? Hä? What? Dann darf keinen doppischer Games sein! Nein! Nein, nein! Also lasse ich mich spielen, du. Nein. Das ist der nicht! Was soll er ausgewiesen sein?! Ich habe nur EINiner verdammten... ...Kristalle! Ja, leck mich doch am Arsch! Ja, nein! Ja so nicht, mein Lieber. Alle Paarerpunken besiegen ich. Ja toll, jetzt mache ich das sicher 100 Mal! Okay, ich gehe dran auffassen... Wo war denn der ganze Scheiss, ey? Ich hab doch gar nichts gesehen. Ich muss auf der Toilette! Okay... Bom... Schirr... Da ist nix... Da ist auch nix... Wo ist überhaupt nix? Na, los! Schirr... Und wo ist jetzt hier bitte was? Ach, da war's! Hey, das war der Zweite! Nix okay! Überhaupt nix ist okay! Na toll! Wo war denn der andere Mist? Hä? Rupf dich auf, du Sau! So... So... Und nochmal! Weil's so unschön war... Schnauze! Dieses... Geht mir eh auf den Sack wie nix anders! Okay, wir müssen nur noch den finden! Wo war denn der Scheiss, ey? Wo war denn der Quatsch? Was geht über sie? Ach! Hehehehe! So, ich mach jetzt... Wir machen jetzt... Ein schönes Leben! Uuuuch! Uuuuch! Also... Die... Dritte... Ansicht ist überhaupt nix! So, ich genesse jetzt das... Schauen hier... Ja, man hat so quasi... Ein Ziel-Dingsbums... Und dann muss man eben... Schiessen! Wollte gerade das Scheissen sagen! Nein! Schiessen! Hallo! Ich dreh mich! 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 Ohne dass ich es gewollt habe, habe ich alle Gegner schon gesiegelt! Das ist auch nicht ganz so schlimm! So! Na? Alles voll Quistal hier! Alles voll Quistal! Na? Hinge weg von Drogen, Leute! Kann ich nur empfehlen! Also Crystal Meth! Nicht Kristalli in dem Sinn! Boom! Heieiei! Nicht mal... Nicht mal der... Nicht mal die Lore Wildentown noch! Haha! Loser! 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 So! Den Plastikstern haben wir jetzt auch zum dritten Mal erhalten! Ja, so dreimal habe ich eh das Gefühl gehabt, dass ich das... spielen muss! Ja, ja! Okay! Drehräder in der cool Willi Basis! Okay! Auf das Level... Ja, da gibt es so einen kleinen Ansatz von leichter Freude, wenn ich daran denke! Denn das ist wirklich... äh... Ansatzweise im Entferntesten... ...gut... ...gemacht... ...das Level! Okay! Ich sage... Das ist... ...für Cap'n Toad Verhältnisse sogar ein ziemlich grosses Level! Umfangreiches! Und das hat schon wieder ein bisschen Niveau! Wenn ich es nicht gerne zugebe... Okay! So! Ja, sehe ich schon mal was! Du wirst gemobbt! Hehe! Und jetzt? Äh... Dreh, dreh, dreh! Dreh! Dann geht's hier auch! Ich... Nee, dann kann ich dich bashen, oder? Spinnst du? Nein, 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 nein! Du musst gar nicht denken, dass du mich bashen kannst! Schießt! Feuer frei! Yeah! Und jetzt? Mal sehen, was wir hier so haben! Ach, das geht kurz! War ich so? Zweimal, oder? Rechts einmal? Nö! Nochmal! Komm, du Sau! Puff! Okay, gut! Dann lasse ich die gleich mal so und... Wir haben den Zweiten! Und soweit ich mich erinnere, müssen wir hier... Ähm... ...den Goldpilz finden! Ich glaube, ich weiss schon, wer... Wo er... Wo der ist! Aber erst mal... ...hätte ich's hier noch gedreht... So... Die können mich mal an der Kimmelutschen... Na! Dankeschön! Komm her! Komm her! Ja! Bäm! Ich... Ich missbrauche dich! Du Vogel! Na, heute schon ge... Vögel! Wollte ich sagen! Äh... Nein! Heute schon gezwitschert! Ja! Frau Schlange! Frau Vogel! Treffen sich! Dann fragt... Frau Vogel! Frau Schlange! Na, wie geht's so? Die Frau Schlange sagt... Ja! Gut! Man schlängelt sich eben so durch! Und dann fragt... Frau Schlange! Frau Vogel! Und wie geht's Ihnen? Und die sagt... Na, was sagt die genau? Danke! Auch gut! So! Und die fragen mich ernsthaft, was ich hier soll! Okay, ich komme hier in die Strider! Das... Ah! Da war doch so ein blödes... Hey! Du warst noch viel... Nein! Alter! Kannst du nicht auf die... Auf die Kante achten, du dumme Sau! Ja, nee! Ich rede noch gut von diesem Level! Ha! Ich rede nicht mehr... Ich rede nie mehr gut von dem Level! Hab ich jetzt gelernt! Nein! Gut! Es ist so... So ein... So ein Ding, dass ich hier wenigstens... Den Quatsch nicht frisch sammeln muss! Immer weg da! Nein! Was willst du? Echt? Ein Vogelbeer ist denn so? Ja, gar nicht mal so übel! Was versuchen wir, oder? So! Nochmal schiessen! Wie tue ich den Vogel da beischen? Das ist wahnsinnig aufpassen! Was ist mit mir selbst? Bäh! Nein! Nein! Nicht mich! Spinnst du hier! Eieieiei! So ein kleiner Schreckmoment am Abend! OkayLY! NIGUM NIGUM Ningaibво! iffrh! Hey! Nicht zu viel! Okay, okay, okay! Gut, gut, gut! Naja! Zwei von der Tankstelle? Nein! Die erschrecken mich immer wieder. Ich sehe es nicht so gut, wo die Schatten haben. Größten Schatten habe ich sowieso. Ich hätte ein Tor vor mir. Ah! Alter! Fliegt doch nicht so über mich. Das andere Spiel würde ich jetzt. Ah! Alter! Diese blöde Kameraeinschirm macht mich noch irre hier. Was kann ich jetzt hier drehen? Aha! Okay, 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 okay. Damit kann ich sehr gut leben. Komm, 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 komm! Schieß! Du bist doch zu... Kugel, Willi! Also den Maul triffst du ja immer. Also zeig mal, was du kannst. Also... Was ist, wenn ich loslasse? Ah! Dann lässt ich los. Komm, 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 komm! Was triffst du? Yeah! Okay, 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 okay! Ja! Und... Mann, was der blöde! Ich habe doch schon nie mehr gezielt. Was will ich denn? Was soll ich denn? Moment mal! Moment mal! Irgendwie spinnt die Kamera jetzt plötzlich. Oder habe ich da... Was verpasst? Horizontal... Nee, ich weiß, ich mache es falsch. Doch! Nach links! Schwert die Kamera auch nach links! Das ist nicht invertiert, Nintendo! Das ist nicht invertiert! Wenn ich ein Joystick nach oben drübe! Oder hä? Nach oben? Nach unten? Nach links? Nach rechts? Äh, nach links? Nach rechts? Hä? Hä? Also... Also invertiert habe ich anders in Erinnerung. Ganz ehrlich? Was ist denn da reinventiert? Können wir mal sehen. Was für mich ist das? Kam... Das... Die haben das verwechselt! Wenn ich ein Joystick nach oben drücke, dann fliegt die Kamera nach oben! Oder? Das ist ja normal! Und wenn ich nach links drücke, sollte die Kamera nach links gehen, nicht nach rechts! Die haben das hier verpeilt! In jedem halbwegs anständigen Shooter-Game ist das nämlich so! Invertiert ist nämlich... Wenn ihr fliegen... Also... Wer schon einmal im Leben Flugsimulator gespielt hat oder sonst was... Wenn man nach... Wenn man Joystick nach oben drückt, dann sinkt man! Nein? Es sinkt! Aber hier haben sie das total... Äh... Äh... Verpennt! Ich... Horizontal... Ne! Moment! 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 Jetzt machen wir beides auf normal! Okay? Das... 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 Das ist... Das ist falsch! Nintendo! Ihr... Ihr habt das falsch! Ihr habt das falsch! Nintendo hat das falsch! Jedem... 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 Normalen Spiel... Maus oder irgendwas, wo man er braucht... Das ist... Das ist total falsch! Wenn ich den Joystick nach oben drücke, geht's nach unten und umgekehrt... Das ist doch nicht... Hä? Ne! Vertikal... Normal... Ne! Das ist invertiert! Und... Normal ist invertiert! Und... Normal... Und invertiert ist normal! Also... Nintendo! Also bitte! Ihr... Ihr verhunzt hier... Ihr verhunzt hier... Spiele... Gen... Ihr... Ihr verhunzt hier Generation damit! Das ist nämlich überhaupt nicht normal hier! Ne! Ne! Mann! Seht ihr? Ich habe jetzt... Ich selbst hier habe schon Mühe! Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier mache... Aber... Wenn ich den Joystick nach rechts... Geht's nach rechts... Nach links... Geht's nach links... Das ist... Normal! Wenn ich Joystick nach oben drücke... Seht ihr? Nach oben... Also... Das... Ich kann mir nicht helfen! Aber Nintendo hat das... Hat das... Äh... 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 Ja! Die haben das verwechselt! Oder ist das falsch? Also... Ich müsste mich jetzt... Hundertproieren... Aber die haben beides... Die haben bei einem verwechselt! Nach links drücken geht's nach links! Nach rechts drücken geht's nach links! Nach rechts drücken geht's nach rechts! Wenn man Flugsimulator... Wenn man nach oben schauen will... Drückt man nach oben... Wenn man nach unten... Die haben das verwechselt! Die haben das verwechselt! Also... Es tut mir leid, dass ich das jetzt im Spiel so... Lange jetzt... G-gemacht habe... Aber das... Sowas ist mir das... Sowas ist mir eh... Echt wichtig! Weil... Weil das ist immer eines der ersten Dinge, die ich einstelle bei einem... Computerspiel, dass die Kamera... Bewegung stimmt! Nicht, dass man hier nach... Nach oben... Ja! 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 Also es... Es tut mir leid, dass ich jetzt hier irgendwie... Euch damit auf den Sack gehen! Aber für mich ist so... Was in der Nähe von einer Wichtigkeit... Ja! Wenn... Auch wenn ich... Das Gamepad... Ne? Wenn ich es... Wenn ich es gerade halte... So vor mir... Wie ein Bildschirm... Und dann so ablege... Seht ihr? Also es ist... Ja... Wie wenn ich drauf schaue... Und wenn ich es nach... Wenn ich es... So... So... Oder hat das gar keinen Einfluss? Jedenfalls die... Die Joystick-Steuerung... Die... 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 Gut, ich wollte eh zurück und ich glaube, ich habe mir gerade hier vorhin einen Weg versperrt. Seht ihr, das ist auch so eine Enttäuschung. So, sieht es, als ob ich hier so einfach rüberlaufen kann. Aber wenn ich die Kamera schwenke? Nein. Wird der Toadival in den Tor gestürzt. Na gut. Dann drehen wir mal das so. Das nix, gar nix. Das ist eh, das ist eh da rüber. Mann, 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 Mann. Schießt, du sauf. Ja, ja. Nein, 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 nicht mich. Nicht mich, du neun. Klickekeule, kapiert. So, ihr macht erst mal das kaputt. Dann... Also, es tut mir wirklich leid, das hier zu sein. Aber Nintendo hat das falsch beschäftigt. Ich müsste mich wirklich komplett irren. So, jetzt aber... Was jetzt? Ich weiß genau... ...das hier... ...was ist. Einmal irrenreicht. Einmal irrenreicht. Einmal irrenreicht. Einmal irrenreicht. Nein, das... ...das Level habe ich wirklich schon oft gesehen in Let's Play Sondern. Und auf das habe ich mich fast ein wenig gefreut. Es ist so schön... Ja, nicht dunkel, aber es ist... ...quasi ein bisschen erwachsen, eh? Es hat schon ziemlich viel von... ...einem richtigen Spiel. Ich glaube, ich verbaue mich nicht um mich Ich komme hier, aber ich bin zu dumm Und ich plädiere auf das Zweite. Wie mache ich das jetzt? Shit! Moment, 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 Moment! Ich verbau mir hier alles, ey! Ah! So ist das! Und hier geht's aber auch durch, oder? Geht's nicht durch? Geht's nicht durch? Yes! Ist doch nicht so eine elende Enttäuschung. Aber nur ein klein wenig weniger. Klein wenig weniger, genau. Neues Wort. So, wir haben eigentlich schon alles. Und ich weiss genau, dass da was drinnen ist. Nämlich der Goldbild. Und das ist auch, das weiss ich nämlich, die Herausforderung. So. Kann ich da hin? Ja. Sehr schön. Dann wird mal sehen, wo Gold ist, gibt's noch mehr. Also, dann schauen wir doch mal, was es sonst noch gibt. Okay. Ein Dach hütteln! Ah! Alter, bin ich jetzt erschrocken! Ach, die, uh, die machen mich jetzt glatt, die Google-Wes. Vielleicht nicht in der Welt. Hehehe! Alter, habe ich das nicht so schlecht gezogen. Aber mehr kommt da nicht, oder? Ach ja, gut. So weit weg war das jetzt. Okay, okay, okay. Mehr ist da nicht zu halten. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir haben alles. Es gibt zum Glück, zu meinem Glück gibt es kein Zeitlimit. Und deshalb, Auftrag erfüllt. Ein Part, ein Level, juhu. Nein, das geht natürlich jetzt noch weiter. Goldpitz eingesammelt, haha, ich bin hellseher, haha. Wann schon, 27, boah. Nächsten Level. Der Herr, der Glutspitze. Ja, ich glaube, unsere Kristalle, unsere Kanadier Reichen. Sieht doch wirklich aus wie so ein South Park Kanadier. Ne, außer dem Kristallschädel. Aber so, die Augen, soll das Augen sein? Oder was? Die ganze Zeit denke ich mir so, der spricht jetzt. Oho, was soll das denn Boss sein? Wow! Und ich habe ja schon Spiele gesehen, so war so ein Freund, ja. Also vergesst ja alle Drachen bei Skyrim und alle bösen Kreaturen bei Evil Wisin und so. Das ist hier der neue Oberbösewicht. Ja, ja. Halt die Backen, ey. Halt die Backen, ey. Ich würde am liebsten in die Lava... Oh, pfff. Und ein Grund mehr, warum ich froh bin, dass... Das heutige Spiel noch keinen Geruchssensor haben. Oh, Mann. Pink... Pink... Was hast du? Hast du eine Barbie gefressen? Pinkrauch. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. So. Na! Puste dich raus, du Sau! Ach, jetzt bewegt sich das Ding plötzlich, ja? Vorhin hat sich's nicht bewegt. Oh, ja! Ja! Ja, ja! Hast du eine Barbie gefressen, ne? Barbie-Pupse aus dem Mund. Auch was Neues. Ja. Was ist das alles hier? Ich dachte, hier geht's noch mehr. Hey, wir schützen uns. Hey, hey! Einmal mehr, warum hier vieles vorgesehen wäre für... Legend of Zelda, ne? Sich so verstecken hinter... Fahrbaren Plattformen. Okay. Huah! Hey, another! Alter! Gut, gut, gut. Sag ich doch, die Steuern falsch? Ich probier's jetzt doch nochmal auf die andere Seite. Äh... Ja. Normal. Okay. Ne, ich weh damit nicht warm. Ich weh damit nicht warm, tut mir leid. So... ... im Moment der Wir versuchen's weiter... Ah! Jetzt die blöde Kamera. Ja, SPUCK dir raus, du so. Äh. 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 So, wie kann ich dich eigentlich besiegen? Ich denke kaum, dass Toad zum Super Tofu mutiert und hier den eins auf die Rübe kippt. Gut, ich weiss es natürlich, aber ich will euch doch ein bissel ungewiss erlassen, so fies wie dich nehmt. Oh! Saufen in der Rühe kann ich kaum... Hua! Alter! Habt doch nicht so einig. Sooo... Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Der Stern! Ein Stern, der meinen Arm trägt! Ja, ja! Spuck dich raus, du Sau! Okay. Okay. Alter, deine Hütte ist... Oh, und ich... Oh... Okay. Wie kann ich sein durch? Im richtigen Moment! Kann ich durch? Okay. Ja, wie wird der wohl zu besiegen sein? Wer weiß es? Ich... Ich... T-t-t-t-t-t-t-t-t! Ja! Ohoho! Ohoho! Ah! Hüfe! Das gibt ne Beule! Ja, ja! Ruhe die raus! Ach so öfter jetzt? Ne! Zum Glück nicht! Gut, der wär besiegt und... Achso! Achso! Kann ich dich ins Auge piksen? Ah! Du musst den Captain Toad ansehen! Ah! Schnell weiter! Wiu, wiu! Ha! Die Augen sind so genial! Oh! Oh! Ich hatte den Stern! Ja! Ich leise mit ihr... roter Drache! Okay! 45... Ah! Ich hab's schon auch gesammelt! Egal! Na ja! Den... Den Drauchen zweimal zu... zu bashen! Hätten mir auch leid getan! Jeder der Toad an die Gurgel will... ist mein Freund! Münzenwan! Okay! Und diesmal geht's... Eeeh! Eeeh! Halt die Fresse! Diesmal geht's... Rechts durch! Was machst du eigentlich so? Ah! Okay! Zehn Münzen finden! Hab ich schon! Hehe! Ehh! 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 Warum gibt's auch kein extra Leben? Und der noch nicht? Oder wie oder was? So! Ehh! 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 Skchet! Ehh! 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 Mapsche Volt! Ja n dollar! Alty hospitals! Ehh! aber so eine riesen Axt herum... Mann, du regst mich sowas von auf! Geh weg! Ich schmeiss dich in den nächsten Abgrund, ey! Was ist jetzt alles? Boah! Aber so riesige Echse so... herum... äh... tragen kann er! Gestandet mit Kriech-Piranias! Okay! Schon der elfte Level... Elfte Level... Mir kommt's vor wie 2000! So! Okay... Er kann unendlich die Luft anhalten... Das finde ich eigentlich gar nicht so gut... Ich hätte ihn sehr sehr gerne ertrinken lassen... Ich habe immer gesagt... Wenn ihr Captain Toad mögt... Dann schalte ich dieses Let's Play... Denn ich lasse kein gutes Wort an dem Fatskis... Lass mich da mal kurz... durch kurz... Jetzt darf ich die Steuerung wieder anpassen... Mann, das ist so kack... Was für eine kack Steuerung hier... So... Ja, fortsetzen! Mal sehen, mit was ich eher... ... befindig werde... So... Ach... Auf dich habe ich jetzt gar nicht mehr ge... ... geachtet... Mach ich da hoch? Ja! Pilz? Ja, viel was auch! Und da bist du? Ah... Ein Gegner... Hier nochmal alles sammeln... Da unten auch... Das haben wir schon... Das haben wir schon... Kriech-Pyramias! Sehr schön! Aha! Ja... Bom! Eh! Komm mal her! Ich da durch! Und... Haha! Glitsche... Dua! Renn! 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 Ich dachte, ich hab' eine Rübe drin! Alter! Dachte, ich pflück' ganz schnell die Rübe und werf' ihm den an den Kopf! Aber nein! Natürlich nicht mit unserem Captain Toad! Dem Typ für alle Katastrophenfälle! So! Wie kann ich die Gegner bashen? Gar nicht, oder wie? Ja, die Münzen will ich noch! Man muss sicher alle Münzen finden! Das seh' ich doch dem Spiel an! Hallo! Geh' nach oben! So! So! Dann! Renn, 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 renn! So! Achso, mit den Schultertasten kann ich hier... Achso! Rennn! Der Himmel hat der kleine Toad! Hey, folter dies! Oh! Da oben hab' ich noch... ...Münzen! Nein! Hier geht's um mir nix! Nee, nee, nee! So! Achso, wo geht's? Stürmer! Hier kann ich auf den Schädel plumpsen! Jupp! Aha! He, he, he! Ist es hier oben so? Da wär' wohl! Ach, halt doch die Backen! Und... Nein! Ich wollt' doch den gar nicht einsammeln! Hä? Hab' ich alles? Bling, bling, bling! Nö! 70 Münzen! Okay! Leck mich! Das weiss' ich ja schon längst! Äh... Ich hab' was für's in B gedrückt! Danke! Oh! Okay! Ich spiel' nochmal mit! 70 Münzen! 70 Münzen! Heißt also, ich muss alle Gegner bashen! Und das geht ja gar nicht! Ja, unter Wasser kann ich ja nicht! Na gut! Na gut! Na gut! Ich muss ihn gar nicht sehen! Ich weiß, dass er nix taugt! He, he! So! Öpp! So! Und mir, du Sau! Schitter! Da hinten! Boom! Das zählt ja nicht, dass wir Münzen! Nein! Nein! Wie kann ich mich bashen? Nein! Wir sind... Ach, geht doch hoch! Bang, bang! Spuck mich an, du Sau! So! BÄM! Was ist hier? Aha! Aha! Da hinten auch noch! Da unten ist noch was! Das hab' ich im Gefühl! Aber ich glaube nicht dahin! Hä? Ah! Ach ja! Ach ja! So geht's! Und... Klumps! So geht's! Ach ja! Ich hab' die Münzen vergessen! Ich hab' die Münzen vergessen! Ich hab' die Münzen vergessen! So! Noch eine Münze! Ich weiß schon, wo wir die kriegen! Aber es ist ja das! Ja! Es ist ein Sprung auf die Öme! Komm her! Boom! Oh! Es gibt sogar 72! Auch nicht schlecht! So! So! Nach oben! Haben wir ja schon jeden Gegner besiegt! Ja! Hätte ich mir jetzt gar nicht zugetaubt! So! Wir haben alles! Wir haben alles! Sabe! Jaja! Verzähl dich! So! Und weiter geht's! Mit dem nächsten Level! Im nächsten Park! Wenn's gefallen hat! Daumen hoch! Abonnieren! Und... Bis dann! Tschüss!